Komm, das kann ich hier doch eben noch aufbauen. Ich wollte gerade sagen. So. Ah. Uns fehlt noch eine Zutat. Hi. Was fehlt uns denn noch? Was fehlt uns denn noch? Wo ist es denn? Da ist eine Banane. Uns fehlt noch die Banane. Eine Banane. Wo kriegen wir die Banane hierher? Da vielleicht. Hey, hast du eine Banane für uns? Ja, du hast eine Banane für uns. Das ist aber freundlich. Danke. So. Warte. Warte, 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 warte. Warte. Herrlich. Herrbine mit Bart. Herrlich. Wie seht's euch an? Oh, Mann. Termine mit Bart. Wie geil ist das denn? Oh, wir sind hier. Okay. Okay. Wie genial ist das? okay warum auch nicht mehr warum auch nicht naja pink ohrstöpsel komm such dir ein buch aus und baust zusammen dankeschön da wird ein tuch nach mir geschmissen da werden mehrere bücher nach mir geschmissen ist aber nicht sehr freundlich muss ich schon sagen dass das jetzt nicht so sonderlich freundlich ist einfach mit büchern nach jemandem zu schmeißen da oben sie ist genau Dann bauen wir uns eine Treppe. Oder so. Geh weg! Geh weg! Habe ich alle? Jetzt habe ich alle. Geh weg! 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 Ich bin da eben so schön hochgefahren. Na gut. Na gut. Nur die Frage wo ich das rein sortieren muss. Wo muss ich dieses Buch hin sortieren? Geh weg! Oh! Nein! Okay. Hey. Ey. 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 Ich hab hier was. Sagst du mir was da drin ist? ein roter steinfühle ein bisschen aufräumen ja so wie komme ich jetzt da hoch das ist die große frage wie komme ich da hoch zwar raune ja 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 Oh. Mitsukatsa! Mitsukatze! So was kannst du dir aber auch hier nicht ausdenken. Nehmt mich hoch. Yay! So. Gehen wollen wir hoch? Schule in Gefahr. Nein. Yay. Eieieieiei. 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 Da schwebt ein Buch, das finde ich sehr lustig. Na gut. Dann gehen wir wieder. Die Musik spielt immer noch. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Nein, hier waren wir eben erst. Zurück. Ne, jetzt nicht. Da raus. Oh nice, wir haben es ins Treppenhaus geschafft. Sehr gut. Wir haben es ins Treppenhaus geschafft. Dann gehen wir doch mal hier in... die Schlafsäle, oder? Oh, eins von fünf. Zwei. Hi. Hi. Da waren wir noch nicht einmal drinnen. Dann lass uns da doch mal rein gehen, ha? Na, da sind sie, lauf? Hi. Hi. Das war's für heute. da kann er nicht durchgucken wenn wir hier irgendwas nein okay auch nicht aus dem weg ok der halbkopflosinnig alles klar und ich glaube hier weiter komme ich tatsächlich nur da muss ich den richtigen tippen für haben und den habe ich noch nicht so gib mal her du ist ja Niklas wenn es mir liebt so viel zeit muss sein und es ist fast kopflos ja das ist wahr wo ist die eilraune da ist die eilraune hi waren wir das zeug mal kaputter ich habe einen nimmel lang freigeschaltet und schüler in gefahr gerettet weil er keine ahnung hat wie man mit alraune umgeht herrlich oh Oh! Moin Aufi! Cool, dass du da bist. Ne? Okay. Nuh-uh. 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 Nuh-uh.